Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Gestern war es soweit. Ich habe die 600 Abonnenten Marke geknackt. An dieser Stelle möchte ich mich bei Natururin dafür bedanken, dass er mich gepusht hat. Als 600 Abonnenten Special habe ich mir eine neue Flatti Challenge überlegt. In dieser Flatti Challenge geht es darum, vier Dosen Action auf Egg zu trinken. Jede dieser Dosen beinhaltet 250 Milliliter, also insgesamt stehen mir ein Liter Energy Drink vor mir. So, und es geht los. So, die erste ist leer. So, jetzt geht mit der zweiten weiter. Also, mein Fall ist das überhaupt nicht. So, die zweite ist leer. Jetzt die dritte. Oh, mir wird langsam warm. Oh, das schmeckt so räudig. Eine Dose liegt noch vor mir. Mal schauen, ob ich die vierte Dose auch noch auf Egg schaffe. Ich zweifle da schon dran. Uuuh. Uh. Uuh. Uuh. Oh. Wow. Idem. Oh. 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 Ah. Oh. 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 Tatsache, ich habe es geschafft, vier Dosen Action auf X zu trinken. So, da ist noch ein ganz kleiner Schluck drin. Da ist noch ein ganz kleiner Schluck drin. Da ist noch ein ganz kleiner Schluck drin. Und da ist auch noch ein ganz kleiner Schluck drin. So, vier Dosen Action weg X. Ich kann es eigentlich nicht glauben, dass ich das geschafft habe. Also für diese Challenge werde ich diesmal niemanden nominieren, denn ich möchte niemanden dazu anstiften, diese Challenge nachzumachen. So, das war es jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Oh. 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 Vielen Dank.